Hallo und schön, dass du dabei bist zu einem neuen Video von mir. Heute darf ich euch etwas vorstellen und zwar Burger. Sprich, das ist eine Zusammenarbeit mit Burger und ich freue mich jetzt echt schon das Paket mit euch zu öffnen, denn hier befinden sich ganz ganz viele wirklich sehr tolle Produkte drinnen. Ich persönlich war schon länger auf der Suche nach richtig guten und auch modischen stylischen Handyhüllen, die aber trotzdem mein Handy wirklich gut schützen und das ist gar nicht mal so einfach, muss ich sagen. Ich habe mir im Oktober ein neues Handy zugelegt und die Handys sind ja heutzutage nicht gerade günstig und natürlich gehören die auch gut geschützt. Ich muss ehrlich sein, ich kannte Burger vorher nicht, deswegen war ich umso interessierter, als ich von Burger gehört habe und habe mich da ein bisschen durchgesehen. Die haben wirklich sehr viele Produkte, vor allem an Handyhüllen, Tablethüllen, MacBookhüllen, Kopfhörerhüllen, Laptophüllen, Notizbücher, Terminplaner, Trinkflaschen, Uhren, Sonnenbrillen, also die haben echt wirklich sehr tolle und verdammt hochwertige Produkte und als ich dann die Designs auch gesehen habe, denn das ist für mich zumindest auch immer sehr wichtig, wie diese Hüllen aussehen und noch dazu ist halt verdammt wichtig für mich, dass es gut geschützt ist. Ja und vor allem halt auch immer die Kameras hinten, die sind ja auch immer schon sehr sehr, ja man muss auf jeden Fall sehr gut aufpassen, welche Hüllen man sich zulegt und was mir halt bei Burger so gefällt, ist, dass sie halt alle diesen MagSafe mit dabei haben und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, auch dieses kabellose Ladegerät mir zu holen, denn das ist halt einfach wirklich praktisch und ich lade mein Handy mindestens einmal tagsüber neu auf, da ich mein Handy einfach sehr sehr viel brauche, da muss ich das auch ständig immer wieder laden und das finde ich halt dann sehr praktisch und die Handyhüllen haben halt diesen MagSafe inkludiert, also wo du dann die Hülle nicht mehr runtergeben musst und wirklich so dann auf das Ladegerät drauf legst und es ladet und wie gesagt die Designs noch dazu haben mich halt einfach so richtig geflasht und deshalb war klar, dass das für mich einfach die perfekten Handyhüllen sind. Habt ihr dann gleich mal so richtig heftig zugeschlagen. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Seite in die Infobox, damit ihr da euch ein bisschen durchsehen könnt und schau euch das mal ein bisschen genauer an. Die haben echt richtig tolle, interessante Produkte und ich glaube da wird jeder fündig. Auch von den Designs her war ich zuerst so ein bisschen, oh mein Gott, was suche ich mir da aus? Aber im Endeffekt habe ich zu so einem Design gegriffen, das ich eh schon immer mal haben wollte, beziehungsweise habe ich es einfach nicht lassen können und habe mir mehrere ausgesucht und ja, wie gesagt, die haben den MagSafe alle mit dabei und da wir zu Weihnachten ein neues Tablet bekommen haben, habe ich auch gleich dazu geschlagen und für das Tablet eine neue Hülle geholt und ich will jetzt eigentlich gar nicht zu viel um den heißen Brei herumreden. Ich würde sagen, wir öffnen das Paket und ich freue mich schon so richtig. Also schaut euch mal das Packaging an. Ich bin begeistert. Ich liebe es jetzt schon, obwohl ich die Hüllen und so noch gar nicht gesehen habe. Oha, also ich würde sagen, da kann man schon gut sehen, dass das sehr, sehr hochwertige Produkte sind. Und ja, das war aber noch nicht alles. Und hier ist noch ein riesen Säckchen drinnen. Ich schätze jetzt mal, dass hier das, ich schätze jetzt mal, dass hier die Tablet Hülle noch mit dabei ist. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich zeige euch jedes einzelne Produkt und sage euch, welches Design das ist. Und zwar haben wir hier zum ersten diese wunderschöne Handy Hülle. Und das ist das Design Vanilla Sand. Das ist jetzt die iPhone 14 Pro Hülle Elite mit MagSafe in Gold. Schon alleine diese goldene Gravierung von Burger finde ich wunderschön. Das Design gefällt mir auch richtig gut. Sehr, sehr, sehr stilvoll. Sehr, sehr elegant. Ja, und gewisse Prominenz verwenden auch diese Burger Hüllen. Zum Beispiel Taylor Swift hat die, glaube ich, auch, soweit ich weiß. Ja, und wenn ich die jetzt so auf meinem Handy dran mache, sieht das wirklich richtig schön aus. Also ich habe sowieso ein goldenes iPhone und da passt das perfekt dazu. Vor allem auch die Kamera ist gut geschützt, da das hier auch so eine schöne Erhöhung ist. Also einfach perfekt. Ich bin richtig, richtig begeistert. Das ganze Design, die Verpackung. Dann habe ich hier dieses kabellose Ladegerät, das du dir auch aussuchen kannst, ob es jetzt in Gold, glaube ich, oder in Silber ist. Und natürlich habe ich mich für Gold entschieden. Ach ja, in Rosé Gold genommen. Und das sieht so aus. Wow, das ist auch ganz schön schwer. Sehr hochwertig. Und hier legst du dann halt einfach dein Handy drauf. Finde ich wunderschön. Auch hier wieder mit dem Burger Logo drauf. Und ich würde sagen, ich lege das gleich mal drauf. Mal sehen, ob das auch wirklich funktioniert. Ja, perfekt. Also ich bin richtig happy, dass ich jetzt endlich so ein kabelloses Ladegerät zu Hause habe. Und wie gesagt, ich finde das gesamte Design wunderschön. Ich werde das jetzt vermutlich bei jedem Produkt sagen, dass ich jetzt öffne. Ja, und dann habe ich mir noch eine weitere Handyhülle ausgesucht. Denn dieses marmorierte Design gefällt mir so gut. Und ich habe es mir dann noch in Schwarz genommen. Das sieht so aus. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was ich euch zuvor gezeigt habe. Und zwar ist das das Rosé Gold Marble iPhone 14 Pro Hülle Elite. Natürlich wieder mit MagSafe Gun Metal. Auch hier wieder mit dem Burger Design. Dieses Mal ist es in so einen Grau-Schwarz gehalten. Auch wirklich richtig schön. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Design. Auch dieses Schwarz-Rosé-Gold Marmorierte finde ich wunderschön. Und ja, vermutlich weiß ich jetzt gar nicht, welches ich zuerst tragen soll auf meinem Handy. Aber ja, das war es noch nicht. Ich habe mir das gleiche Design noch für das Tablet ausgesucht. Das befindet sich jetzt vermutlich hier drinnen. Das ist ein wunderschönes schwarzes Samtsäckchen. Wow. Ja, und so sieht die Hülle aus. Wie gesagt, das Design ist genauso wie diese Handyhülle jetzt. Und innen ist es ganz normal schwarz. Und hinten sieht es so aus. Finde ich auch wunderschön. Mit dem wunderschönen Gold mit dem Schwarz. Wow. Hier dieses Innenleben ist auch sehr, sehr qualitativ, sehr gut. Und was mir hier auch so gut gefällt ist, du kannst das halt dann auch so aufstellen. Hier hat es dann diese Einkerbungen. Was ich richtig praktisch finde, wenn man sich etwas ansehen möchte. Und ja, ich bin auch im Überlegen, ob ich mir die Tastatur mal dazu kaufe zu meinem Tablet. Ja, also ich bin auf jeden Fall richtig happy darüber. Auf jeden Fall ist die Tablethülle in Roségold Marble iPad 10.2. Dann habe ich mir passend zu meiner Vanilla Sand Handyhülle noch das passende Notizbuch dazu ausgesucht. Und das ist jetzt vermutlich hier drinnen. Auch sehr, sehr schön verpackt. Und ich würde sagen, wir öffnen das jetzt mal. Ich bin echt richtig begeistert, wie das Ganze aufgebaut ist. So, so, so. Auch hier wieder hinten auf diesem Notizbuch Burger in Gold. Das kommt auf jeden Fall so mit einem Magnet. Und das ist eigentlich das richtige Design. Auch dieses marmorierte Vanilla Sand. Wunder, wunderschön. Und die, die mich schon länger schauen, wissen, dass ich einen kleinen Tick habe, was Notizbücher angeht. Also ich liebe sowas. Ich muss auch sowas immer neben mir haben. Und zu guter Letzt war eigentlich nicht plan, habe ich mir noch eine Handyhülle ausgesucht. Denn das Design hat mir so, so, so gut gefallen und ich wollte es einfach unbedingt haben. Und zwar ist es auch die etwas günstigere Hülle. Und ja, ich zeige euch die jetzt einfach mal, denn mir hat das Design einfach richtig gut gefallen. Bei den Handyhüllen gibt es noch einen Unterschied. Es gibt drei verschiedene Formen. Und ich habe mir bei denen zwei die Elite-Form ausgesucht. Und bei dem hier die Form Tork und dann gibt es noch Snap. Das ist noch ein Tick günstiger. Und ja, hier hast du diesen Goldrand mit dabei. Und hier hast halt du so ein bisschen eine Erhöhung. Ja, und beim Schwarzen ist hier so ein dunkelgrauer Rand mit dabei. Und ich habe alle drei mit MagSafe. Also das kannst du dir auch selbst aussuchen, ob du die mit diesem MagSafe haben möchtest oder auch ohne. Also wählst du dir eigentlich aus, welche Farbe, also welches Design du haben möchtest. Dann welche Form, was dir halt wichtig ist, wie deren Hände geschützt ist. Und dann kannst du noch auswählen, ob du den MagSafe mit dabei haben möchtest oder nicht. Je nachdem, ob du kabelloses Ladegerät verwendest oder nicht. Ja, wie gesagt, ich setze euch natürlich alles Wichtige in die Infobox rein. Die Seite von Burger, die Codes, die Aktionen, was ich jetzt alles bestellt habe. Und falls ihr da etwas nachbestellen wollt. Ja, und ich werde mir jetzt einfach nur schwer tun, welche Handyhülle ich als erstes verwenden soll. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, wie wichtig es dir ist, dass dein Handy wirklich sehr gut geschützt ist, aber auch noch dazu ein wunderschönes Design hat. Ja, mir ist das halt immer sehr wichtig. Ja, wenn ich es mir schon aussuchen kann, dann auf jeden Fall ein tolles Design. Und ich glaube, da wirst du bei Burger bestimmt fündig. Ja, ich hoffe, dir hat das mal etwas andere Video gefallen. Lass mich das gerne wissen mit einem Daumen nach oben, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich das mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017